Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren Lernen. So, heute wollen wir uns dem Super-Schlüsselwort Super zuwenden. Das ist wirklich super. Und ja, was das kann, das werden wir heute sehen. Wir haben das letzte Mal hier eine Funktion, eine Methode überschrieben und die hatte hier zum Beispiel eine zusätzliche Abfrage drin. So, das bedeutet jetzt aber, wir haben für ein... Also ich mach das jetzt gerade mal hier unten nochmal weg, das brauchen wir nämlich nicht mehr. Wir haben jetzt hier aber für ein eventuelles Gymnasium, das wir hier benutzen oder hier aufschreiben, haben wir keine Möglichkeit mehr, diese Funktion hier aufzuschreiben. Das ist in den meisten Fällen auch ganz sinnvoll, denn in jedem Fall muss ich natürlich überprüfen, ob die Anzahl an Schülern wirklich um eins erhöht werden soll. Das heißt, ob derjenige auch wirklich seinen Grundschulabschluss hat. Aber vielleicht möchte man in manchen Fällen ja eine Ausnahme machen. Zum Beispiel, wenn die Eltern unglaublich reich sind und die ganze Schule gesponsert haben, dann darf das Kind natürlich auch ohne Grundschulabschluss schon aufs Gymnasium. Wir wissen ja, wie das in der Gesellschaft heute läuft. So, und was ich deswegen mache, ist, ich habe auch noch eine Möglichkeit, Super aufzurufen. Und Super ruft genau irgendwas von der Oberklasse auf. Das heißt, wir haben hier normalerweise irgendwie ein Objekt von unserem Gymnasium G, das halt nur Schule ist. Das heißt, es ist im Endeffekt, als würden wir hier Schule, also das Ding in eine Schule konvertieren, aber dann auch wirklich als Schule behandeln. Das heißt, das hier wird aufgerufen, nicht mehr diese Funktion. Und dazu sagen wir einfach hier zum Beispiel in unserer, keine Ahnung, irgendwo hier drin, wir haben hier eine Funktion, Public, Function, Void, VIP Kind. Das darf jetzt hier auf die Schule, ohne dass es einen Grundschulabschluss hat. Und nein, wir verwenden nicht einfach Copy-Paste, sondern wir benutzen diese Methode, die wir schon mal geschrieben haben, denn die funktioniert. Warum wir das nicht machen, warum wir nicht einfach Copy-Pasten, ich meine, es ist ja nur eine Zeile. Das wird euch häufig so gehen, soll ich jetzt Copy-Pasten oder soll ich vielleicht ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken? Steckt den Gehirnschmalz rein, es lohnt sich wirklich. Denn wenn ihr irgendwann mal später vielleicht diese Funktion neuer Schüler ersetzen wollt, durch eine komplexere Logik, ihr wollt hier zum Beispiel noch ein zusätzliches Kind reinstecken, ihr wollt irgendwas überprüfen, ob die Familie wirklich in der Gegend wohnt oder ob es vielleicht eine nähere Schule gibt, dann müsst ihr das überall, wo ihr es gecopy-pastet habt, müsst ihr das auch ergänzen. Während wenn ihr einfach nur immer diese Funktion hier aufruft, dann ist eigentlich alles kein Problem, denn dann könnt ihr hier drin rumschreiben, wie ihr wollt und es wird automatisch für jeden Aufruf übernommen. So, das ging jetzt eigentlich schon in Richtung Clean Code, aber das machen wir noch gesondert, was man da machen soll und was man nicht machen soll. Das werden wir wahrscheinlich relativ bald machen. Und ja, wir schauen uns jetzt erstmal hier diese Public Function Void VIP Kind an, denn dieses Kind darf hier oben ohne Überprüfung rein und dazu sagen wir ganz einfach super.neuer Schüler. Ah, ich kann nicht tippen. Okay, jetzt. Super.neuer Schüler und das führt einfach genau diese Funktion aus der Oberklasse auf, die wir hier aber eigentlich überschrieben haben. Das heißt, die ist sogenannt überschattet in Wirklichkeit, weil wir hier eben nicht mehr darauf zugreifen können, weil wir ja diese Funktion hier haben, aber durch super können wir diese überschatteten Varianten hier reinschreiben. Ja, und das ist eigentlich ziemlich cool und auch sehr sinnvoll in manchen Fällen, zum Beispiel eben für solche VIP Kinder. Okay, in anderen Programmiersprachen, also ihr werdet das nicht immer als super Punkt finden, sondern manchmal ist auch super eine Funktion, einfach ohne Parameter, liefert mir einfach genau dieses Oberobjekt. Ja, ist eigentlich nicht wirklich besonders, aber okay. Also entweder Klammern drumrum oder nicht drumrum, müsst ihr dann jeweils schauen, mit der jeweiligen Programmiersprache. So, ich möchte jetzt zusätzlich noch ein paar Informationen zu der Serie noch geben, weil wir jetzt eigentlich schon am Ende sind und aber noch sehr, sehr viel Zeit haben. Wir werden hier jetzt nicht arg viel tiefer in die Objektorientierung einsteigen. Wir werden natürlich noch abstrakte Klassen und Interfaces und sowas behandeln, aber danach müsst ihr wirklich in der jeweiligen Sprache nachgucken. Das unterscheidet sich dann wirklich stark, sondern, also das sind eigentlich dann die Gleichheiten von den Sprachen, so langsam am Ende. Wir werden noch ein bisschen mit Generics rumhantieren und wir werden auch noch so Dinge wie Exception Handling oder sowas machen, keine Sorge. Nur wir werden jetzt nicht in die allertiefsten Tiefen von irgendwelchen Spezialeigenschaften von ganz speziellen Sprachen einsteigen. Dazu ist diese Serie nicht da. Da schaut ihr dann die jeweilige Tutorial-Serie eben. Okay, und dann werden wir auch relativ bald in Sachen Clean Code einsteigen und eben dann können wir auch gemeinsam auch wirklich so Sachen machen wie Algorithmen, Softwareentwicklung und so weiter. Und dann werden wir eben nur noch in Pseudocode rumschreiben, sprich es sieht aus, wie es möchte, aber man weiß, was damit gemeint ist. Und im Prinzip ist die Sprache, die wir am Ende benutzen, also ob wir Python nehmen, ob wir Java nehmen, ob wir C oder C++ nehmen, ist eigentlich relativ egal, weil die Sprachen ja sowieso alle sehr ähnlich sind. Und dann können wir nämlich diese Algorithmen nehmen oder die Softwareentwickelten Projekte und dann können wir die einfach übertragen auf die Sprache, auf die wir eben gerade Lust haben. Und deswegen habe ich jetzt eigentlich auch hauptsächlich diese Serie hier gemacht, damit wir alle so auf einen Nenner kommen und wir dann auch alle wirklich wissen, was da auf uns noch zukommt und danach eben wieder zusammen weitermachen zu können. Es gilt natürlich weiterhin, wenn ihr irgendwelche speziellen Vorschläge habt, dann wollen wir, will ich das natürlich auch versuchen, irgendwie reinzubringen hier noch. Das heißt, wenn ihr irgendwelche speziellen Fragen zu irgendwelchen speziellen Themen von der Programmierung habt, dann könnt ihr mir das jederzeit schreiben. Ihr wisst mittlerweile wie. Gut, das war es von meiner Seite natürlich mal wieder und ja, dann hören wir uns schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.